Naja, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, dass ich eigentlich keiner bin, der wo irgendwie normalerweise irgendwo Geld ausgibt. Aber wenn Free2Play wirklich so viel Spaß macht und auch wirklich so gut verarbeitet ist und vom Style her und alles, finde ich schon, dass man da ein paar Euro lassen kann. Aber halt, nach meiner Meinung nicht für diese Kristalle. Die würde ich komplett weglassen. Weil, ich hab's euch ja gesagt, für mich ist dieses Verhältnis zueinander, finde ich nicht gut. Muss natürlich auch jeder selber wissen. Boah, scheiße. Und Animo-Siegel kriegen wir, glaube ich, jedes Mal... Oh. Achso, ja, da brauche ich ja die andere. Zwei. Das ist bloß die Frage, wie viel vor dem Zeug haben wir. Ich laufe schon wieder wo ganz woanders hin, könnte das sein? Aber da hinten ist wieder so eine Herausforderung, die machen wir jetzt auch noch. Nachdem wir die da vermöbelt haben. Ja, Mann, wir kommen so viele von diesen Level-Dingern, ey. Das ist schon unten. Das ist schon unten. Ja. Das ist schon unten. Das ist schon unten. So, warte mal, da unten ist noch eine Kiste gewesen, hab ich jetzt gesehen So Siege Gegner, welche Gegner? Oh, die Reißeschwerde Bisschen Fleisch, gut, dass die immer frisch geschnitten sind, wenn wir dann Oh Huh Wir müssen nochmal nur das Eisen Aha Was ist denn das? Okay, scheinbar einfach nur Nebel Alter Windblickberge Oh Oh Oz, reveal thyself Midnight Phantasmagoria Das ist schon Ist das auch noch irgendwas? Ne Da haben sie scheinbar nichts mehr gemacht, ne? Alter Das könnte jetzt ein bisschen da Warum leuchtet mein Rad da oben? Das wirkt grad so, wie wenn ich da nicht hin darf Was es mir nur noch mehr Ding macht, dass ich da unbedingt hin will Aber gut, wir gehen jetzt einfach grad außen auf Schauen ihr noch ein bisschen auf den Arsch Ähm Habe ich vorhin eigentlich zu Ende geredet? Ja, glaub schon Ja, vergess das ey Wenn ihr mich länger kennt, dann wisst ihr, dass ich schon immer meinen Faden verliere Oh shit Ah, das ist nicht so geil Ich dachte hier ist irgendwo ein Absatz Hier ist kein Absatz, alter Scheiße Nein, das wollte ich auch nicht Nein, das wollte ich auch nicht Huh Okay, das war immer sehr sinnlos, was ich jetzt grad gemacht hab Aber hey Sinnlos ist mein zweiter Vorname Oder so Nein Ja, das war jetzt auch Schwachsinn Jetzt da hoch zu springen Wahrscheinlich bin ich jetzt da kurz bevor ich oben bin Du schaffst das Los, Fischl Sehr gut Ich finde den Lachen immer noch bescheuert, aber okay Nein 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 Okay, das wird ein weiter Weg Aber ich weiß gar nicht, wie viele sinnlose Kletterpartien ich in Zelda Breath of the Wild gemacht hab Weil entweder bist du dann kurz bevor du oben warst abgestürzt Oder du bist oben angekommen, was praktisch ist einfach nix Und auch in der Umgebung nix Was natürlich richtig geil war, da unten will ich auf jeden Fall noch Und es kann knapp werden Wie jedes Mal Fischl Fischl, wir glauben an dich Fischl Unser Fischl Oh Da hinten ist eine Pagode Ist das eine Pagode? Ich schaue aus wie eine Pagode Wir gehen einfach mal da lang Da wollten wir eh hin Oh, da ist ein Turm Oh, da ist ein Turm Und da ist ein Turm Und da ist ein Turm Oh, da ist ein Turm Oh, da ist ein Turm Oh ja, das ist ein Turm Da drüben ist wieder so ein Anima, Animo, ne Anima Ding Animo, Animo glaube ich war das So wo ist jetzt das Ding wo ich hin wollte Da hinten Ah ok das hängt in der Luft, das hätte ich ebenso von hier aus bekommen Ah es ist so schöne Umgebung Warte oben ist noch mal so ein Ding Hä? Was wirst du jetzt von mir? Tja trocken So äh warte mal ein falscher Knopf, hier So hier Das war's ne Äh die einen Markierungen sind, äh ne da ist eins Wo war noch eins? Ich hatte doch drei Markierungen oder vier hatte ich Da oben ist noch eins Ist da ein Gegner? Ah das ist das eine Viecher auf der Liste Warte mal, warte mal, warte mal, zack Abenteuerlizenz Kopfgeldjagd Das da Oh ne der ist da unten Hä? Hier aber da war doch noch einer Der da Ja Schaffen wir den? Alle kommen und schaffen wir Was laberst du für das Zeug, ey? Das ist mein Charakter, hör auf so ein bisschen labern Was hat's denn hier eigentlich alles? Okay Alter wir haben ja sieben, wir brauchen fünfzig, das haben wir fast Aha, 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 da haben wir 263 So, Anwendung, zack, 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 zack Ab, du kriegst auch was, auch wenn's Alter Schwede Alter Schwede Alter Schwede Boah, fuck Okay Oh shit Wieso Schwer Wieso bin ich jetzt hier? Aah, oben ist ... Alter 612 على nicht Ja, was das ist los? Ja, was das? Was macht er denn jetzt schon wieder? Alter! Alter! Für jedes Ding, was er einsaugt. Boah! Boah! Ja, den schaffe ich auch so nicht, also ich glaube ich bin zu schwach für den. Ja, ja, das ist so doof, bin ich nicht? Boah! 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 Auf. Alter, das ist gute Kombinationsarbeit. Oh shit. Ja, ja, ja. Da kannst du mich mit dem Arsch lecker. Da geh ich einfach hier raus und dann hast du Pech gehabt. Oh, er wischte mich nicht. Nö, 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 nö. Ah, da kommen wir nicht hin. Oh shit. Oh mein Gott! Ah Okay, jetzt macht er den Scheiß wieder Ah, fuck Ah 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 Wo ist Motor jetzt? Warte mal, der ist wieder fast voll! Warte mal, der ist wieder fast voll! Oh, shit, ey. Alter, tausend? Oh, shit, ey. Was macht er den Scheiß, bitte? Der hat sich doch jetzt wieder kalt, oder? Komm schon, ich krieg dich irgendwie. Ja. Alter. Oh, Karnsamen. Alter Schwede. Äh, mich des Elementarwesen, blablabla, freiwillig das Kämpf mit besonderer Leben. Dann stellt er mir in Notfall sein Leben wieder her. Nicht trotzdem die Skrile 1 zusammen mit der Kampf noch um einiges schwieriger. Hä? Was ist jetzt los? Hä? Okay, aber was ich schauen wollte, was mir vorhin aufgefallen ist. Das da. Achso, das war das. Oha. Fischl braucht das aber auch noch. Alter Schwede. Puh. Das war ein Fight, ey. Aber wir haben es geschafft, indem wir rechtzeitig die Charaktere wechseln und die anderen das mit der Energie gemacht haben. Anwenden. Anwenden. Wollen wir mal. Äh, wo ist Wiederbelebung? Da. So, jetzt sind sie schon voll und wieder geheilt. Das sind lauter Eisfutzis. Ah, da ist auch eine Kiste. Kommt her, Eisis. Oh, ich bin eingefroren. Ha, dafür schmelzen die halt sofort weg, wenn sie davon getroffen werden. Da oben ist auch eine Kiste. Da ist wieder Eisenerz. Achso, das war auch wieder was anderes drin, ne? Eisen und... Ne, Weiseisen war das, ne? Pogenschützen. Pogenschützen. Man müsste die Superattacken abbrechen können, damit man sie nicht zu weit auflädt. Sagen wir mal, das müsste immer bloß die Hälfte weg tun, wenn man sie bloß kurz aktiviert. Ah, da ist wieder eine Herausforderung. Zünden alle von 30 Feuerbecken an und öffnen die Truhe. Was für Feuerbecken? Oh. Oh. Ah, shit. Ja, bringt mir halt nicht viel, ne? Tod verstehst du das. Oh. Ich habe meine Hälfte weg. Das ist jetzt nicht gut. Chingst du. Achso etwas. Ich werde einfach. Achso. 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 Ah, die Emperor hat halt echt den Vorteil, dass sie mit Feuer schießen kann. Das ist mehr so. Es ist so viele Kisten, was man freischalten kann und... Holy shit, da hinten auch? Warte mal, da ist so ein... Ah, ähm... Was ist hier? Ach scheiße, das ist unten, ne? Ah, nein, shit. Ja, das ist unterm Boden. Äh, fuck. Das war nicht so geil. Ja, aber gut, ich muss jetzt eh dahin teleportieren und mach mal die Hauptaufgabe weiter. Der wird mir hier mal ein bisschen was zusammenbringen. Mensch, Jungs. Und Mädels und... Etwas. Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Ja. 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 Ich muss mich von euch Spackos aufhalten lassen. Oh, Alter, das war voll der Headshot. Ah, Krüffi... Wind. Mit unseremUR! Booba, most of them. Tief dir aus. Du seitdem ich rumkliere. Warte! Uhhh! Ow! 져ver! Tief! WDon mano! Uh! Uh! Ah! Wunder! Onos! Keiner Mistkerl ey. War da eigentlich ne Truhe oder so? Oh, ich kann es zerstören. Passiert aber nix. Ich hab ja auch nix bekommen, was soll denn der Scheiß? Jacks Abenteuerlizenz? Ahhhh. Stimmt, da hab ich mal ne Quest bekommen. Ich hab ja auch nix. Das ist ja blöd gelaufen. Ich hab ja auch nix. Ich hab ja auch nix. Ich hab ja auch nix. Ich hab ja auch nix.